jo leute hier ist der gaming spezialist wir sind hier am simulator phoenix rc5 ich habe hier die edge 540 und mein freund leon hatte reflex ja und dann am anfang wollte ich mich direkt mal entschuldigen für die fehler dass wir die videos nicht hochgeladen haben in den letzten zwei wochen und das letzte video ließ sich durch youtube fehler leider nicht hochladen und ja für heute haben wir uns ausgedacht fliegen aber einfach mal so am simulator ein klein bisschen kunstflug und dann hinterher noch ja ich denke mal ballon stechen oder ja alles klar und los geht's ja so das mit dem red bull bin ich und hier jetmaster hier auf dem phoenix ja ich heiße ja wollen wir erstmal eine runde ballon stechen machen ja dafür nämlich lande ich gerade mal und wechsel mal grad mein modell ne ich nehme auch grad mal die extra okay die edge nehmst du die auch? was? die edge ne ich hab meinen eigenen flieger gut einen moment warte ich nehme grad auch nen anderen so ich hab mein fliegzeug warte ein kleiner foresight von e-flight gut dann Luftballon zerplatzen manchmal auf drei minuten jo schwer gut dann geht's jetzt los und los geht's naja ich hab ja meinen landeschalter noch drin da hab ich mir extra mal so eingerichtet damit ich ohne probleme landen kann ja der phoenix der läuft halt über pc oder tower rechner braucht halt ne gute grafikkarte am besten hd ne mhm oha oha ja und ähm jo man braucht ne geeignete anlage also ich flieg hier mit der dx6i und mein freund leon hat die dx8 ja da kannst du mal erklären mit welchem mod du fliegst ja da kennen die sich ja wahrscheinlich eh nicht mit aus ja deswegen ähm ich stell mal nach unten in die beschreibung einen link da Yanni und ich und noch ein Kumpel haben einen Kanal der heißt die Flugexperten da machen wir auch hier so Sachen mit Modellflugzeugen und so weiter auf jeden Fall der Link steht in der Beschreibung da ist auch ein Video da stellen wir auch unsere Anlagen vor ja genau er hier mit seinem spektakulären Kunstflug während der Challenge Luftballons zerplatzen ja ja und ich rieche dann da nicht ein einzigen Ballon check schrott ja ist ja mies die gehen ja runter so ah ist ja auch schwergestellt wie viele Punkte hast du? Null oh okay äh ja wir haben eben mal trainiert und das war äh einfach hey 200 Punkte sogar 200 ja ich bin doch nur 200 Punkte ähm ich finde hier keine Ballons hast ja ich habe hier Ballons gefunden aber kriegst du nicht? was soll ich denn? was soll ich denn? ab ja du hast noch nicht das gibt's doch nicht Leute ich kann halt wieder helfen hm ich kann halt wieder helfen was ich kann halt wieder helfen ich kann halt wieder helfen ich weiß auch gut ja ja nach 12 Sekunden mal um mal um mal um mal um ja 200 Punkte gut jo ähhh ich wechsle hier mein Modell also auf die Edge und der Leone kann sich ja vergnügen mit seinem Bis zum nächsten Mal.